Dann kann ich speichern, äh, ein Dings hat noch genug Leben. Ich muss das alles noch einsammeln, was die hier haben. So. So, nochmal befördern und nochmal schnell speichern. Ey, aber echt, wie viele sind denn das hier? Echt, jetzt haben die da unten irgendwie sowas, äh, so eine Ork-Produktionsstätte oder sowas? Dass die sich da jedes Mal so... Wie viele Orks sollen das hier sein, bitte? Irgendwann hätte ich ja nicht hier Ruhe. So, der ist erledigt. Und jetzt bin ich erledigt. Alter, aber das sind echt zu viele. Das sind wirklich viel zu viele. Und jetzt bin ich da, wie viele Ork-Produktionsstätte. Vielleicht hätte ich auch die anderen erst mal lupen sollen, die hier rumspähen, rumlungern. Bis die anderen da sind. Und jetzt bin ich da. Wer weiß, vielleicht kriege ich hier noch irgendwas anderes, sinnvolles. Und was brauchbar? Also auf jeden Fall einiges an Pflanzen. die ganze zeit die klicken 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 irgendjemand wird hier noch was haben nein nicht zum lagerfeuer wo haben wir da noch zwei rohs fleisch ich glaube ich mache hier keinen ärger klar genau ich wollte ihn dann das heißt das speichern wir noch einmal sind aber auch einige gestorben mehr zum glück mehr orks als von den menschen und bis jetzt auch noch keine kein wichtiger npc aber das werde ich auch mit den orks wie gar nicht auf da wir kommen immer weiter runter natürlich so den haben wir noch nicht gut was hier noch mal sprechen da kommt schon der nächste und da ist schon wieder noch einer bitte lasst es kein schamanen sein wir gehen langsam wie heiltränke und so weiter aus so kommt von der nächste wir gehen langsam wie heiltränke und so weiter aus okay hier können wir speichern wir haben noch ein heiltrank normales fleisch zumindest noch ein bisschen fleischwanzen gebraten gebackene fleischwanze so aber wie viele sind denn da noch noch einmal kurz speichern wie voll war das hier eigentlichen orks wenn ich fragen darf das waren schon extrem viele mal waren streitachs ich bin schön dass sie nicht trefft ich bin schön dass sie nicht trefft da kommt schon der nächste ich glaube ich nein oben sind ja auch wieder am campen kann das sein ich glaube die sind oben auch wieder am campen Tatsächlich, ja. Und wo kommen die? Wo nehmen die ihre Wege? So, ein Moment. Wie sollen die miteinander kämpfen? Erstmal vielleicht... Ich weiß jetzt, kriege ich ja auch Erfahrungspunkte, wenn die jemanden töten. Nee, ich habe dafür jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen. So, wie sieht es mit denen aus? Geben die mehr? Steck die Waffe weg! Weg mit der Waffe! Egal, wir sind hier im Krieg gerade. In der Halschrank! So, jetzt ist nur die Frage, äh... Hier leben die noch, okay. So, das heißt dann... Ähm... Ah, okay. Er lebt immer noch. Was ist das dein Land? Nicht so lange dauern. Dir werde ich helfen! Oh! Oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Break. Ähm... Aber ich schneide das irgendwie später zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Auch eine neue Dose Energy geholt. Kurz auf Toilette gewesen. Die ist sogar eine grüne Dose. Deswegen sieht man die nicht so gut. Denen Green Screen auf. Und wir gehen mal weiter. Hier, die... Den Eingang hier, äh... Freiräumen. Da sind noch zwei, die feststecken. Drei. Locken wir die mal lieber da hoch. Das ist... Ey, aber echt, die Orks hier, da kommt ohne Ende. Wirklich. Wie viele sind denn das? Jetzt wirst du bluten. Jetzt wirst du was erleben. So, ähm... Okay, sind jetzt nur die beiden. Dem hast du's gezeigt! Okay, jetzt wurde ich getroffen. Nein, nicht den da. Den anderen. Den anderen angreifen. Den Speer. Ich hab's immer noch dran. So. Ist jetzt Ende? Bitte. Lass jetzt Ende sein. Keine Musik? Doch, jetzt. So. Ein bisschen was fuddern. Und nochmal speichern. Und nochmal speichern. Noch ein Anführer. Woher kommen die alle? Boss. Ich nehm die mal mit nach oben. Ich reiß' dir den Kopf ab. So, komm her, Boss. Der hast du's gezeigt! Kürtest du's teig? Ruf'n Hammerclan plus sieben. Okay, da kommt noch jemand. Aber das gehört gespeichert. Also den mussten wir erledigen. Was ist mit ihm? Wo rennt er hin? Jetzt wirst du bluten. So. Bin ich gut oder bin ich gut? Wo rennt der? Wo rennt ihr? Okay, einmal ein Heiltrank. Ich lass sie mal vorrennen. Ich weiß jetzt nicht, was die vorhaben. Warum rennen die jetzt da runter? Noch mal speichern. Ich glaube, die wollen sterben. Alter, wie viel Erz hier ist zu holen? Gold, magisches Erz. Ich höre hier die ganze Zeit Orks. Alter. Ich reiß dir den Kopf ab. Das ist schon die Schmiede, okay. So, da haben wir den Nächsten. So. Bin ich gut oder bin ich gut? Wo wollen die denn jetzt schon wieder hin? Warum sind die jetzt nur noch zu zweit? Ist einer draufgegangen? Hier gibt es niemanden mehr. Ich gehe noch mal hoch. Ich will gucken, ob dort... Ach nein. Ihr zwei, ich brauche Hilfe. Was für mich jetzt auch noch erwischt hat. ok ok mit dem ist vorbei ich hoffe da kommt wirklich keiner mehr keine ahnung von wo die alle gekommen sind an dem kommt man nicht mehr ran einmal gleich schnell speichern und noch mal fordern jetzt ist die frage wie sieht es oben aus werden die da auch schon angegriffen wieder und ich stelle mir die frage so dem müssen wir auch noch mal hüten nein nicht die bank wo sprachen mitnehmen und der hier ok der ist da ich mach dich fertig nicht ihn anvisieren sondern den anderen schamane so da kommt noch mehr ich fahre leute wie groß ist denn das denn alle hinter mir her kann das sein ja schnell weg wo kommt denn her wo kommen die näher kann die jetzt von oben gibt es da noch mehr wege von denen ich nichts weiß ich nicht gesehen habe dass wir eine sehr lange folge werden sehr viel laden müssen wir werden sehr viel sterben jetzt will ich aber wissen wir haben ich habe auch schon ordentlich punkte gesammelt wird vielleicht mal den anderen weg wieder nach oben gehen den weg ok die kommen alle von hier hier habe ich ruhe ok wenn ich hier ruhe habe ist jetzt nur die frage ich höre hier noch mehr orks auf jeden fall ja wir sollten lieber trinken statt zu reden so jetzt noch mal speichern so jetzt fängt die kampfmusik wieder an ich stelle mir jetzt aber wirklich ich will lieber noch mal nach oben gehen die sind ja alle hier da kommt jetzt keiner jetzt trotzdem mal nach oben versuche alles einzusammeln was geht so hier ist wieder ruhe so rostiges schwert will ich wissen ok die kommen von oben irgendwo ok der fällt gleich runter wenn ich jetzt nicht was anderes mache so ok hier ging es jetzt aber relativ schnell nein nicht zum wasser ich glaube oben ist noch ein kampf zweihänder ja die kämpfen oben wir müssen oben zur hilfe kommen so nehmen wir auch noch mit und nochmal speichern jetzt ist wirklich die plan wie sieht oben aus weil die orks kommen ja jetzt aus zwei richtungen ach den schaman habe ich nicht ist noch ein krieger ja auch hier sind ja auch noch mal ich habe es noch nicht verlernt so das ist eine waffe will ich auch noch haben hier die kommen wirklich aus beiden richtungen äh reto lebt noch ok immerhin so krushergach boss ich hätte jetzt gerne trotzdem noch ein paar heiltränke mehr ich muss mich überlegen ob ich vielleicht die folge hier in einem stück raushaue oder in zwei oder drei teile schneide so die befreiung vor der schmelze part 1 2 und 3 eventuell weil ich habe so gefühlt wird nicht in zwei folgen fertig sein oder innerhalb von zwei schrunken äh oh da 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 ist wieder einen tod gefallen Hat 100 Erfahrungen gegeben, weil der ein Toten stürzt ist. So, meinen letzten Halt lang. Einmal. Und nochmal speichern. So, wechsel! Alter, was da du? Leckt mich doch am Arsch, ey. Soll man das schaffen? Wie soll ich diese verdammte Schmelze hier befreien? Und wie viele Orks? Ich habe jetzt locker 100 Orks getötet hier. Und es fällt einfach nicht auf. Wie viele sind denn hier, bitte? So, vielleicht nochmal was fordern. Bis die da sind. So, das müsste, glaube ich, reichen. So, wenn der näher kommt. Hier, dann haben wir den jetzt. So, man. das kommt schon also einmal kurz speichern weil wir den jetzt besiegt haben den scheiß schamanen und den die litte ding werden bald nix mehr haben an heilmöglichkeiten auch ne da kommt schon der nächste einmal wenn man kurz ruhe haben könnte aber ernst davon bekommen die kommen die alle von da ist ein echter ihr garten hier ich werde auch schön wenn ich hier oben auch mal helfen also mit runter kommen würden ein paar sind schon mit runter immer ein retro lebt noch so hier wie sieht es mit dem schamanen aus kommt er da jetzt so wie sieht es eigentlich hier unten aus leben die noch ok hier leben die noch so rät heute wieder volles leben immerhin wie weit ist denn der schaman jetzt hochgekommen vor allem aber auch von wo kommen die alle das sind echt zu viele orks viel zu viele so wenn der hier ist alles mitnehmen nochmal speichern hier ist auch noch wieder ein jemand tot wer ist denn hier jetzt gestorben warte okay hier geht es schon richtig los wie viele sind die hier jetzt bitte ich hoffe der überlebt aber ich schaffe das nicht ich hoffe der überlebt aber ich schaffe das nicht ich hoffe der überlebt ich bleib nicht stehen so noch ein ausdauerkrank das wird echt ein schwerer kampf das ist auch ein kampf denn nicht aufhört einfach und ich kann hier nicht einfach so wie ein gothic 2 irgendwo schnell kurz pennen gehen oder die nächste links hier erledigen die nächste schade so 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 toll der hat wieder volles leben so 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 will ich wissen wir unten jetzt droht sind von den von den nordnahrern vom hammer clan kurz speichern da kommt schon der nächste ich stehe doch ich hoffe da kommt jetzt nicht noch ein okay der hat mir jetzt so ich glaube ich oder wasserfass wenn wir vielleicht auch noch nutzen oder warte mal wir haben hier sowas dann nutzen wir die dinger ich hoffe es ist gar keiner mehr übrig von den orks schamane den müssen wir erledigen alter was das sind mir zu viele da sind wirklich zu viele wie soll man gegen so viele orks schaffen das ist auch noch mal kurz gucken ich glaube die nächste ich glaube die nächste wir schaffen allein von wegen den orks hier jetzt wirst du bluten ja komm lieber mit schwer while donik bleib stehen woher vertreten was ist Und wie weit sind sie? Nochmal kurz speichern. Das sind echt zu viele Orks. Woher kommen die alle? Genau, das wollte ich machen. So, komm näher. Der darf keine Bounce haben, seine Waffe zu retten. Alter, die mit ihren Schwungangrücken. So, Mana habe ich jetzt auch nicht mehr genug. So, sieben. Jetzt hört ich hier einfach nicht mehr auf. Na, aber ernsthaft, wann hört das auf hier mit dem Orks? Wie lange soll der Kampf hier weitergehen? So, nochmal speichern. So, wo ist der andere Ork hin? Ist der jetzt runtergefallen? Will ich wissen, wie viel Orks ich jetzt... Ach so, da ist er. Den haben wir noch nicht. Nein. Jetzt will ich nicht wissen, wie schnell jetzt jemand es geschafft hat zu mir hoch. Nicht lange dauern. Ja, da ist schon der nächste. Ach ne, so einer. Ich werde aber gleich irgendwann anfangen zu googeln, wie viele Orks hier sind. Weil es einfach nicht aufhört. Mit denen. Ich werde nicht töten. Bleib still, Mora. Ich werde nicht töten. Ähm. Da werde ich definitiv Bild bebrauchen. Und ich hoffe, das sind jetzt wirklich die Letzten. Bitte lass es die Letzten sein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Orks jetzt gerade. Und ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Es muss doch irgendwann mal Ende sein. der kampf geht mir viel zu lange muss ich ehrlich sagen will ich wissen wie viele oben jetzt da von der anderen seite gekommen sind so kommt ihr ne ihr sollt mitkommen bitte wollen wir es jetzt auch schon dunkel wollt ihr wohl damit aufhören dir werde ich helfen ok der ist immer noch hinter mir ja 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 das ist echt viel zu viel hier gerade wirklich viel zu viel haben wir noch irgendwas an und der scheiß hört auch nicht auf und hier auch die ganzen feine nein nicht der baumstaben die feine bitte da haben wir noch ein rät und was anfall stecken und noch mal speichern hat man gab es noch jemanden ok der ist alleine jetzt habe ich ein problem älter bitte hand aufs herz diejenigen die von euch vorweg 3 gespielt haben wer von euch hat das geschafft in einem also alleine durch zu rennen und die alle zu besiegen auf ha oh 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 So. Ähm. Haben wir es geklappt? Haben wir das geschafft? Das war eine lange Arbeit. Rede mit Tjalf. Er wird dich angemessen belohnen. Warte mal. Äh, das wird erstmal gespeichert. So. Äh, haben wir hier noch jemanden? Zum Looten, nö. Wer ist das? Nork. So. Äh, Robold. Äh, die Mine ist frei. Die Mine ist frei. Du spinnst. Wenn du meinst. Kein Scherz. Ihr habt es echt geschafft? Ja. Das ist die beste Nachricht seit... Ach, ich weiß nicht seit wann. Du hast es echt drauf. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Warte. Hier. Ich hoffe, du kannst es brauchen. Ansonsten verkaufe es an irgendeinen Schmied. So. Zehn Erze halten. So. Äh, Jäger. Was ist mit dir? Camper. Alter, aber was? War das denn jetzt für ein ewig langer Kampf? Ja, fast zwei Stunden. Ich will mir jetzt die Mine ansehen. Hier so viele Orks. Wie, wie hätte man wirklich, also... Ich bin gerade richtig sprachlos. Wie hätte man das sonst schaffen sollen? So, hier haben wir Wasserfass. Obwohl, wenn man sich hinsetzt, kann man ja auch regenerieren. Wie schnell geht das? Relativ langsam. Oh, komm, egal. Hier Erzader. Wir nehmen mal alles Erz, was wir haben. Äh, was wir kriegen. Viermal Erz. Ich hoffe, hier ist wirklich kein Ork mehr übrig. Denn das war echt langer Kampf. Ne, ich frage mich wirklich, wie habt ihr das also geschafft gehabt mit denen? So, ähm... Ein Stein. Stärke plus 5. Du hältst dich da raus. Okay, also die Mühlsteine wiegen alle unterschiedlich. Wir müssen alle Städte nochmal durchgehen. Und bei jedem einmal so ein Mühlstein hochheben. Das speichere ich jetzt einmal. Wenn die Stärke geben, dann brauchen wir nichts mehr ausgeben für, sag ich jetzt mal, für die Stärke. Wenn wir einfach alle Mühlsteine einmal hochheben müssen. So, hier haben wir noch einen Krusch-Barock. Ich stelle mir jetzt aber wirklich die Frage, wie viele sind noch übrig, falls da noch welche möglich sind. Oder sind die jetzt wirklich alle geflohen? Ich dachte, da wäre ja noch was. Das war wirklich ein... Also gefühlt endlos. Es wollte einfach nicht aufhören. Hier haben wir noch eine Goldader. Ah, und da nochmal ein bisschen Erz. Oh, komm, die machen wir später. Hier sind noch mehr Orks. Wo genau befinde ich mich jetzt? Ork-Ambust? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Nur so, Runenschild? Runenschild? Was ist denn bitte ein Runenschild? So. Alter, was haben wir hier? Ein Abgen... Wieso? Wieso hatten wir das falsch Schwert ausgerüstet gehabt? Geht's ernsthaft? So. Paladinschild. Ah, okay. Ein Runenschild, kein Runenschild. Irgendwann ist auch das vorbei. So, Schamane. Am besten, du erledigst das selbst. Nein, nicht die Bank. Was kann denn schon groß passieren? Okay, die leben hier noch. Ich denke darüber nach... So, an dem kommen wir nicht ran. Oder? Ich will's mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Und es kommt noch... Zweimal Ende. Okay. Haben wir ausprobiert. Ey, das ist jetzt auch, glaube ich... ...die längste Folge, die ich quasi... ...am Stück aufgenommen habe bisher. Überhaupt, glaube ich. Jäger und Krieger. Tja. So, gibt's hier sonst noch was? Kann ich hier noch irgendwie was machen eben? Das bringt nichts. So, machen wir alles. Vielleicht erhöht's den Wert. Das können wir jetzt eigentlich ordentlich geltend machen. Alter, 37 Krusch Pacht haben wir jetzt. Und Krusch war doch 42. Also, das heißt also, eigentlich macht kein Unterschied mehr vom Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen. Wir haben hier schon mit dem Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen-Bisschen. So nicht. So. So nicht. Schmiede haben wir. Nehmen wir auch mal mit. So. Was war da? Erzofen? Nein. Okay, dann nein. So, das nehmen wir mit. So, von denen sagt keiner was. Der Winkel ist jetzt gerade ganz komisch. Von wo kamen die alle jetzt ernsthaft? So, Lagerfeuer. Okay, wir haben nichts zum Anbraten. Ah, jetzt sind wir wieder normal. So. Auch Töter. Du hast auf Sie gar noch was zu erledigen. Was war da? Nichts. So, noch ein rostiges Schwert. Jetzt ernsthaft. Uh, da haben wir noch so eine Mühle. Das ist zu schwer für mich. Okay, der ist zu schwer. Na, aber ernsthaft? Wo kamen die? Das ist all... So ein riesen Höhlenkomplex. So, Holzfäller-Axt. Kamen die etwa von hier hinten? Okay. Okay. Okay, also hier hatten die auch ein Irrlager gehabt. Und da geht's auch nochmal weiter. Da sind noch mehr Orts. Da... Gerade keine Lust. Das erklärt zumindest, woher die Musik kam. Das hatte mit hier unten zu tun. So, wie viele haben wir jetzt eigentlich? 607.305 Erfahrungen. Und nächste Stufe mit 612.500. Wir haben 11 Lernpunkte. Und nächste Stufe mit 612.200 wir sind in der Regel. Die Musik kamen. Die Musik kamen. Und jetzt kamen. Untertitelung des ZDF, 2020